Musik 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 Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn wir uns heute mit den Strukturen des Reiches beschäftigen, dann ist dies ein Thema von geradezu bedrückender Aktualität. Denn Fragen nach der Intensität institutioneller Verklammerung, nach Kommunikation und Sprachen, nach regionalen Identitäten und zentraler Steuerung, nach Elementen kultureller Identifikation, nach supranationaler Verfassung und nationaler Autonomie oder die Probleme sozialer und wirtschaftlicher Gefälle kennzeichnen auch die Gegenwart und die Zukunft unseres Europas. Alle diese Probleme finden wir auch im Reich Karls des Großen. Ein großer Teil seiner Herrschaft beschäftigte sich mit der Stärkung von Strukturen, die solche zentrifugalen Kräfte im Zaum halten sollten. Wir wissen heute, dass sein Bemühen umsonst war und dass seine Nachfolgern zerfiel das Reich. Welche Rolle Karl sich selbst in diesem Riesengebilde eines heterogenen Völkergemisches zuschrieb, lässt sich gut an jener Stelle ablesen, an der Herrschaftsauffassung in der knappsten Form zum Ausdruck gebracht wird, nämlich in der Titulatur der Königsurkunden. Karl nannte sich von Beginn an Dei Grazia Rex Francorum, bezog also die kirchliche Salbung und Legitimation in die Herrschaftsauffassung mit ein. Dann Rex Francorum et Langobardorum, wozu noch Patricius Romanorum trat. Hier geht sein Herrschaftsanspruch schon deutlich über die fränkischen Wurzeln hinaus. Nach der Kaiserkrönung tritt dann ein etwas merkwürdiger Titel auf. Karl, der von Gott gekrönte, große, friedliebende Kaiser, der das römische Reich lenkt, der durch die Barmherzigkeit Gottes außer dem König der Franken und Langobarden ist. Hier sieht man gut, wie die universalen Bezüge des Kaisertums an die erste Stelle rücken, wie Gott gewollte Herrschaft einen Anspruch formuliert, der über tradierte Wurzeln hinausweist. Franken und Langobarden treten an die zweite Stelle. Karls Königs Auffassung trug also der Expansion seines Reiches durchaus Rechnung. Es war keineswegs eine fränkische Herrschaft über andere Völker. Er stand als Herrscher über seinen Völkern, entwickelte eine supragentile Herrschaftsauffassung, unter der die Franken ohne Vorzüge behandelt werden sollten, wie die Langobarden oder die Bayern, Alemannen und Sachsen. Der größte Helfer bei der Durchsetzung einer solchermaßen begründeten Herrschaft musste natürlich die Kirche sein. Sie war die einzige Institution, die im ganzen Reich präsent war. Das einigende Band des Glaubens musste den ganzen Herrschaftsverband durchdringen. Wie das in der Praxis funktionierte, haben wir am Beispiel Sachsens gesehen. Karl sorgte also für die konsequente Durchsetzung des Metropolitansystems. Am Ende seines Lebens gliederten 21 Erzbistümer mit nachgeordneten Bistümern das Reich, denen wiederum die Taufkirchen und Pfarrbezirke untergeordnet waren. Klöster ergänzten das System. Karl sorgte auch für die Finanzierung. Der Kirchenzehnt wurde flächendeckend durchgesetzt. Gleichzeitig trieb er durch Kapitularien und Reformsynoden die äußere Stärkung, aber auch die innere Integrität der Kirche voran. Keine Missstände durften die Vorbildfunktion der Kirchen beflecken. Alles sollte möglichst einheitlich gehandhabt werden. Im weltlichen Bereich wurden die medialen Gewalten der alten Herzöge beseitigt, um ein flächendeckendes System an Grafschaften einzurichten. Die Grafen waren als Amtleute dem König verantwortlich. Er konnte sie einsetzen und wieder absetzen. Die Kontrollen sollten die Missi wahrnehmen, die Königsboten. Sie wurden mit Sonderrechten ausgestattet. Je ein weltlicher und ein geistlicher Missus hatten seine Maßnahmen zu verbreiten und zu überwachen. Zahlreiche Kapitularien gelten allein den Tätigkeiten der Königsboten. Ab 806 verlangte Karl von allen Freien seines Reiches einen Eid, schuf also auch unmittelbare Rechtsbeziehungen zwischen dem Königtum und jedem Einzelnen. Normierung ist eines der großen Schlagworte. Alle Königshöfe sollten sich nach denselben Vorschriften richten. Selbst die Maße wurden vereinheitlicht. Alle sollten mit jenen Maßen messen, deren Normexemplare in Aachen aufbewahrt wurden. Jeder Königshof hatte jährlich Rechnungen zu legen. Bei Missständen hatte jeder Knecht das Recht, direkt an den König zu appellieren. Und die Verwalter hatten sich dafür zu rechtfertigen. Harte Strafen drohten. Auch das Münzwesen ging Karl an. Die anfangs noch vorkommenden lokalen Prägungen wurden abgestellt. Es gab nur noch königliche Münzstätten. Auf der großen Frankfurter Synode von 794 wurde festgesetzt, dass überall im Reich neue Münzen eingeführt und von allen anerkannt werden sollten. Auf ihnen sollte der Name Karls erscheinen. Sie sollten aus reinem Silber sein. Zwölf neuer Denare sollten einen Schilling geben. 20 Schillinge, ein ebenfalls normiertes Pfund. Dieses System war die dauerhafteste Schöpfung Karls. Der Denar überlebte als Pfennig oder Penny. In England sogar das System aus Pfund, Schilling und Penz bis 1971. Der Silbergehalt wurde festgelegt. Es gab eine universelle Karlsseite mit dem christlichen Kreuz, Karls Namen und Titel, Rex Francorum. Und eine lokale Rückseite mit dem präge Ort, oft auch mit dem Monogramm, das wir schon aus den Urkunden kennen. Die schuf eine stabile Währung in einem einheitlichen Wirtschaftsraum, wie er erst nach dem Zerfall des Reiches wieder mit dem Euro erreicht wurde. All diesen Bemühungen um herrschaftliche Durchdringung und Vereinheitlichung standen aber schier unüberwindliche Faktoren entgegen. Zum einen die Größe des Reiches, die fast 2000 Kilometer zwischen Pyrenäen und Elbe und zwischen Unteritalien und Friesland erschwerten jede Maßnahme. Es war fast aussichtslos, jedes Gesetz an jeden Ort zu bringen und für seine Durchsetzung zu sorgen. In der Regel war der König eben doch sehr weit weg. Hielt man sich nicht an die Kapitularien, sofern man überhaupt von ihnen erfuhr, wer sollte das kontrollieren und ahnten. Alle Bemühungen wirkten wohl eher punktuell. Beispiele lassen sich dafür genug finden. Alleine die häufige Wiederholung von Reformvorschriften, sogar im kirchlichen Bereich, zeigt, dass Missstände eben nicht einfach durch königliche Gesetze abzustellen waren. Schriftliche Rechnungslegung der Königshöfe konnten deren Verwalter überhaupt lesen und schreiben. Erhalten ist nichts. Lediglich Inventare, die dem Kapitulare die Willis beiliegen, vermutlich bloß im Muster für eine Inventarisierung, die kaum je erfolgt sein dürfte. Karl war selbst nicht überzeugt. Gegen Ende seines Lebens ließ er eine Anfrage ins Reich hinausgehen, wegen seiner Gesetze, ob sie gehalten würden oder nicht. Überhaupt war das Recht selbst zersplittert, das am ehesten einer Vereinheitlichung hätte dienen können. Unterschiedliche und widersprüchliche Stammesrechte, in Italien ein Fortleben des römischen Rechtes, unterschiedliche Rechtsbezirke und Geltungsbereiche. Das Kirchenrecht nahm eine ganze Schicht aus dem Geltungsbereich jeden weltlichen Rechtes. Und die Kapitularien als einheitlich gültige Königsgesetze blieben in ihrer Wirkung beschränkt. Einhard schreibt, dass Karl der Große zwar versucht habe, die Rechte zu vereinheitlichen, aber er sei nicht weiter mitgekommen, außer den Rechten hier und da ein Stück hinzuzufügen. Andere große Probleme warf die schriftliche Kommunikation auf. Die Überlieferung der Kapitularien zeigt ein insgesamt schwaches und von vielen Zufällen geprägtes Bild. Dass die Empfänger Abschriften fertigen und in ihren Amtsbezirken weiter verbreiten sollten, war eher eine Wunschvorstellung. Das Kapitulare de Vilis sollte für alle Königshöfe gelten. Es ist nur in einem einzigen Exemplar überliefert. Als Verkehrssprache über alle Sprach- und Dialektgrenzen hinweg konnte nur das Lateinische funktionieren. Aber auch dies rief vielfältige Probleme hervor. Verbreitet war es vor allem im kirchlichen Bereich und auch da oftmals eher schlecht als recht. Weltliche Amtsträger erreichte es nur in wenigen Fällen. Selbst da, wo sich die Volkssprachen aus der antiken Latinität entwickelt hatten, in Italien und in der Gallia, waren Alltagssprache und Latinität weit auseinandergedriftet. Es mussten sogar synonymen Wörterbücher geschaffen werden. Etwa die Reichenauer Glossen, die vermerken, dass Lateinisch Pulgra im Volkssprachlichen inzwischen Bella, später Französisch Bell, hieß. Wörterbücher entstanden. Etwa der in St. Gallen überlieferte Abrogans, benannt nach dem ersten verzeichneten Wort. Es enthält lateinisch-althochdeutsche Entsprechungen ganz leicht zu lesen, etwa Abba Vater. Der Abrogans gilt als das älteste Buch in deutscher Sprache. Noch schwieriger wurde es für Reisende, die durch unterschiedliche dialektale Landschaften kamen. Ein romanisch sprechender Franke aus Thur konnte sich nicht mit einem Ostfranken aus Würzburg unterhalten. Das Bayerische und das Sächsische lagen so weit auseinander, dass eine Verständigung ohne Dolmetscher nicht möglich war. Es kamen sogar kleine Sprachführer auf. Hier etwa die Kasseler Glossen mit Gesprächsbüchlein. Es enthält ganz wie ein moderner Sprach- und Reiseführer eine Handvoll wichtiger Phrasen für die Alltagskommunikation auf Reisen. Es sollte einem Lateinkundigen die Möglichkeit geben, im Bayerischen durchzukommen. Wer Tundi meo capili brauchte, schneide mir die Haare, musste Skirminfachs sagen. Wer den Weg wissen wollte, in schlechtem Latein indica mi, sagte Bayerisch sage mir. Gelegentlich reagierte der Verfasser recht humorvoll auf die Sprachprobleme. Dem Reisenden schriebe einen Satz hinein, mit dem sich der fremde Lateiner in Bayern Freunde schaffen konnte. Tole sind Valcha, dumm sind die Welschen, im Lateinischen Stulti sunt Romani. Das ist der Erstbeleg für das geflügelte Wort die Spinnen, die Römer. Und natürlich geht es weiter mit Spache sind Paigira, aber klug die Bayern. Die Wörterbücher und Glossen sind natürlich nur ein Zeichen für die grundlegenden Probleme und sie halfen nur wenigen, denen die Latein und Lesen und Schreiben konnten. Probleme also, wohin man sieht unterschiedliche Sprachen, Stämme, Kulturen, Rechtsbezirke, insgesamt viel zu wenig gebildete, Schrift- und Lateinkundige, große Wege, schwierige Kommunikation, mangelhafte Kontrolle. Selbst innerhalb der überall präsenten Kirche gab es ganz unterschiedliche Hintergründe. Traditionsreiche, teils noch bis in die Römerzeit zurückgehende Bistümer im Westen und dürftige Durchdringung im Neuaufbau in den östlichen Missionsgebieten. Eigentlich ist es erstaunlich, dass Karl der Große unter solchen Voraussetzungen überhaupt sein Reich zusammenhalten konnte. Man kann die These wagen, dass das Gebilde nur durch seine Person und sein politisches Geschick bestand. Unter seinen Nachfolgern zerfiel es wieder. Man kann darüber streiten, ob es an deren Ungeschick lag, an der größeren Kraft des dynastischen Modells, das bei mehreren Söhnen Teilungen forderte, oder daran, dass die zentrifugalen Kräfte letztlich doch stärker waren als alle Klammern, die Karl geschaffen hatte. Spüren Sie mit den Instrumenten, die Sie kennengelernt haben, den Ansätzen zu einer frühen Form von Staatlichkeit nach, die Karl der Große schuf. Zum Beispiel der Dichte der Kapitularienüberlieferung. In den Kursmaterialien gibt es noch mehr dazu. Und denken Sie darüber nach, auch schon einmal darüber, welche Klammern denn letztlich unser modernes Europa zusammenhalten und welche Kräfte dem heute entgegenwirken. Bis zum nächsten Mal. Dann kommen wir zu einem Höhepunkt der Herrschaft Karls, der Kaiserkrönung, und zu einem großen Forschungsproblem, das damit verbunden ist. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017